Wir sind hier gerade in Dömin, jährlich zum 8. Mai und es ist notwendiger denn je, heute hier zu sein. Heute haben sich 120 Faschis hier versammelt. Hat ja hier leider eine traurige Tradition, dass jedes Jahr hierher mobilisiert wird, aber eine schöne Tradition ist, dass die Linken und die progressiven Kräfte auch immer fleißig gegenhalten. Wir haben hier Proteste gegen den Nazi-Aufmarsch organisiert und wir wollten halt eben ganz klar Stellung beziehen gegen Geschichtsrevolutionismus in die Rechten betreiben hier. Ich bin der Minerin und ich bin ganz einfach hier, weil das so furchtbar ist, dass die Nazis jeden Tag oder jedes Jahr diesen Tag missbrauchen und wir ganz einfach Flagge zeigen müssen und wir ganz einfach in aller Welt sagen, vor allen Dingen auch in der Mine, wir sind bunt, wir bleiben bunt, wir wollen die Nazis hier nicht, darum sind wir hier heute.